Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum 17. Türchen beim Savage Gear Adventskalender. Oh, das ist schon wieder sehr leicht. Wir hatten ja in der 15 und in der 16 Vorfachmaterial drin. Einmal 20 cm, einmal 30 cm, beides drei Stück in der Verpackung. Einmal 7x7, also 49, ädrig und einmal 1x7, also 7-fäderig, ädrig. Bin mal gespannt, was wir heute drin haben. Hoffentlich kein Titanvorfach. Okay, da haben wir heute ein paar Snaps drin, und zwar die Needle Egg Snaps, also die Nadeleier Snaps. Auf jeden Fall eine volle Packung, 20 Stück sind hier drin, 42 kg Tragkraft Medium. BS, weiß ich nicht, was das heißt. Da steht auch nochmal BN, weiß ich auch nicht, was das heißt. Ach, Black Nickel wahrscheinlich oder sowas, ne? Nickel Finish, genau, Black Nickel Finish, sehr gut. Ähm, ja. Ah, ich bin nicht so, ihr wisst es, für alle neuen Zuschauer erkläre ich es ja auch gerne noch einmal. Ich bin nicht so der Snap-Fan ohne Wirbel. Ich mag Snaps immer mit Wirbel, weil ich auch gerne mal, ich muss hier echt aufpassen, wenn ich das mal hier abfackeln. Ich mach's einfach mal ein bisschen anders. Was ist denn hier die Oberseite? So. Ähm, ich bin nicht so der Snap-ohne-Wirbel-Fan. Einfach weil ich auch gerne mal, egal ob's beim Hechtangeln ist, einen großen Blinker oder halt auch beim Barschangeln sowieso mal einen kleinen Blinker dran. Ähm, da hat man natürlich das Problem, dass sich die Schnüre, äh, dann verdreien können. Auch gibt mir das irgendwie noch so ein bisschen mehr das Gefühl, dass der ganze Köder ein bisschen mehr Spiel hat. Ich mag's einfach, wenn da ein Wirbel dran ist. Ähm, ich fisch nur mit Wirbel, muss ich ehrlich so sagen. Ähm, die kann man trotzdem gebrauchen. Man kann natürlich auch einfach so einen Wirbel ranmachen. Habe ich auch genug, äh, zu Hause ohne Probleme. Easy peasy. Aber meine Favorites, wie gesagt, immer mit Wirbel. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ähm, auch heute nochmal hier ganz kurz der Ansatz. Ich hätte mir einfach eine andere Aufteilung gewünscht bisher. Also fürs nächste Jahr muss Savage Gear hier, glaube ich, einfach mal mitnehmen, dass man das ein bisschen, ähm, ein bisschen attraktiver gestalten könnte vom, vom, ähm, Kalender her. Von der Aufteilung her, das würde ich eigentlich sagen. Ganz genau. Aber dazu natürlich sicherlich nachher im Fazit-Video, ähm, nach dem 24. mehr. Genau, dann macht's mal gut. Bis dann. Bye, Lemmy.